Moin moin meine Freunde, wie geht's, wie steht's, ich bin hier wieder am Start, wir streamen gleich, ich wollte es einfach noch einmal sagen, und zwar habe ich vor, jeden Freitag und Sonntagabend zu streamen, das heißt, seid gerne dabei, jetzt haben wir gerade 5 Uhr, ähm, der Stream beginnt so zwischen 7 und 8 Uhr, ich würde sagen, so um halb 8 wird er so circa anfangen, grob, ähm, ich denke, wir beginnen mit Mortal Shell, und machen den No Shell Run, ne, ja doch, No Shell Run zu Ende, äh, ist ja nur noch der Bossfight, nur noch, und, äh, danach schauen wir weiter, was wir danach machen, vielleicht schauen wir auch nochmal in Temtem rein, ich weiß gar nicht, hat das überhaupt noch Zuschauer, das Spiel, hat das jetzt noch Updates gehabt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, wir können vielleicht nochmal in Temtem reinschauen, mal gucken, und, äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, haut rein, und schaut rein, tschö.